Gestern Nacht lag ich schwach, hab an die alten Zeiten gedacht. Da kam der Gangster Jens in meinem Traum an und hat einen dicken, fetten Blatt gepafft. Was geht ab? Das ist hier in der Stadt, 11.30 Uhr und ich trink meinen Funksteller Pils. Gangster Jens, mit den Grylls im Maul und der Maske auf dem Schädel. Die Verplauze, wir leben hier nach unseren eigenen Regeln. Komm mal auf, Füßler, komm, über 8 Meilen. Gangster Jens, der Penzler, der glänzt. Der Gangster, der hängt am Bahnhof ab. Dann fährt er wieder hoch nach Wixhausen. Da kocht seine Mutti Hummerfilet mit Lachssuppe. Da gibt es wie bei der Tafel das Essen für 2 Euro. Der Gangster Jens ist ein teurer Mensch, der hat viel Geld. Der macht die Kohle, der macht die Kohle, der macht die Kohle. Der spread die Ticks, die Trips, die Tickets verkauft hat. Was geht ab, Pulska? Ich muss jetzt schon vorproduzieren, weißt du? Für den ganzen Winter muss ich schon Videos vorproduzieren. Das heißt, wir müssen die Scheiße wie ein Fließband machen. Rappen wir was, komm. So rappen ist ganz wichtig. Eine goldene Regel gibt's noch rappen. Jetzt ganz wichtig in der Corona-Zeit. Wir müssen die Maske beseitigen. Und dann kann man frei sprechen, ne? Gangster. Stell dich mal vor, für die Leute, die hier Scheiß kennen. Du bist ein Genzer, du bist ein Gangster. Da kommt der Thomas, grüß dich, Thomas. Mach grad ein Video für meinen YouTube-Channel. Magst du mal auch kurz Hallo, sag dir? Ja klar. Was geht? Alles klar? Alles klar? Alles klar? Alles klar, Tommi. Ich bin der, der in die Fresse gekriegt hat. Das ist die Top-Baus, hab ich schon gesagt. Drei, vier Tage ist ja besser. Fast weg, Alter. Ja, Mann. Ach was? Fast weg. Ja, ist schon fast weg. Das war voll angeschworen. Alles toll. Alles toll. Angeschworen, wie sah es besser geworden. Servus, Chef. Servus. Der ist geil, aber er ist verfressen und er will immer die Leute anficken. Er wollte einen Gangster immer anficken. Sag doch auch mal hier, YouTube-Channel. Ja, Mann, sag mal Hallo für meinen YouTube-Channel. Ich hab 1000 Abonnenten, Digga. Sag mal Hallo. TV-Plauze. Ja, was geht? Ja, was geht hier? Ja. Was ist euer Lieblingslied, Männer? Was ist euer Favorit-Lieblingslied? Lieblingssong? Ever. Der Kommissar, Falco. Ja, Mann. Und deiner? Warte mal, Frau Metallica, ich weiß nicht, wie das... Die Unforgiven. Die Unforgiven. Ja, Mann, das ist geil. Rock ist auch geil. Ich hab gestern ein Album von System of Down gehört, das war auch geil. Kennst du System of Down? Natürlich. Das ist voll krass. Das ist dein eigener Chin. Ja, Mann. TV-Plauze mit über 1000 Abonnenten, Digga. Ja, Mann. Doch, Digga. Ich bin auch Ton- und Event-Techniker. Ja, Mann, da kann man vielleicht ins Geschäft kommen. Er ist Event-Manager und Tontechniker. Jetzt gibt es aber kein Event-Techniker. Das ist scheiße. Da musst du bei mir einen Kanal mit einschalten. Machst du mal ein bisschen Technik mit hier. Ja, ich bin sogar Markt- und Meister. Ich war von 91. Und jetzt brauchen wir mich blank. Wenn du gute Ideen hast für neue, coole Videos, dann kannst du mir Bescheid sagen. Kann man Videos tun. Ja, kann. Vielleicht hast du Kameraausstattung, Licht-Technik. Alles. Alles. Das ist ja optimal. Das ist scheiß Kamera. Weil er kann dir helfen, wirklich. Ja, Mann. Stimmt, ja. Jetzt können wir uns gegenseitig helfen. Klar. Jens steht da hinten wie so ein kleines Männchen, Alter. Sag auch mal was, Jens. Kleiner zu stehen. Gängste. Wo ist denn der Jens? Das ist der Gängste Jens, Alter. Der längste ist am unauffälligsten. Der Gängste Jens, Alter. Der längste ist am unauffälligsten. Hau rein, Jungs, Alter. Alles Gute. Bis bald bei TV Plauze, Alter. Yeah. TV Plauze. Ja. Ja. Wollen wir mal einen Schluck? Gib die Props. Das ist ein Schock. Jetzt hau mal einen Flüster raus, dann bist du der Verlierer, Alter. Nee. Wirst du ein Verlierer sein, Alter. Das ist alles nur ein Schraub. Was? Ich hab keinen Bock, du laberst einen Schraub. Ich hab keinen Bock, du laberst einen Schraub. Doch in Hip-Hop gibt's, kann man sagen, was man will. Und bist diskriminiert und ein Nazi. Willst du das sein? Ja. Jetzt schicke ich dich in die Schweiz, kriegst du mir einen Baseballschläger aufs Maul. Mit dem Pop Zoom an. Mit dem Pop Zoom an. Der Zoomer kommt. Der Zoomer. Schönen Grüße an Zoomer. Ich hoffe, die Luft ist gut in den Bergen. Holladihiti. Und Gangster, das war eine schwache Leistung. Holladihiti. Das war jetzt eine schwache Leistung von dir. Die anderen, der Thomas, hat die Show gestohlen. Und der andere auch. Und die Hessische Landesmann auch. Ja. Willst du hin, zieh dich rein. TV Plauze. Wer coole Ideen hat für meinen Kanal, schreib mich an. Bis dahin. Haut rein. Meine Gangster Jens heute nichts auf die Reihe bekommen hat mit dem Flüster. Du musst auch noch ein paar Bierchen trinken heute, ne? Hau rein. Sag immer tschüss ohne Maske jetzt. Verabschiede dich, schwingst du noch von deinen Fans. Anständig. Ne, kein Bock. Kurz. Tschüss sagen. Ne, kein Bock. Tschüss und auf Wiedersehen. Öl. Drück auf den Ruhnenklopf bitte. Drück auf den Ruhnenklopf bitte. Drück auf den Ruhnenklopf bitte. Drück auf den Ruhnenklopf bitte.